Die Kamax 5 von Hedemann ist die Lösung für effiziente Hygiene und eine gesunde Nachzucht ihrer Kälber. Mit seinem integrierten Tragholm lässt sich der mobile Kälberstall problemlos mit dem Frontlader anheben und versetzen. Die Kälber bleiben währenddessen in der Kamax 5 und laufen mit. Mithilfe eines Hooftrucks kann die frei werdende Fläche leicht und zeitsparend gereinigt werden. Aus gesunden Kälbern werden leistungsstarke Milchkühe. Durch frische Luft werden Lungenerkrankungen vermieden und hohe Tageszunahmen begünstigt. Das zeichnet clevere Kälberhaltung aus. Durch die leicht zu reinigenden Flächen wird eine optimale Hygiene gewährleistet. Hierzu empfehlen wir den Hedemann Reinigungskaislauf. Hedemann – Kompetenz seit 1889